Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich lege die Zukunft in Gottes Hand. Vater Unser, nur Deinen Ruf will ich hören, nur Deiner Stimme folgen. Dein Wille ist nur zum Guten. Jetzt, in der Gegenwärtigkeit, will ich das geben, was ich von Dir empfangen habe. Dein Wille ist der meine. So will vergebend auf alles geschaut und Deine Liebe, Dein Frieden ausgedehnt werden. Zur Befreiung und Erlösung aller. Du bist mein Zweck, mein Vater, nur Du. Und ich als Deine Schöpfung, Dein Meisterwerk in alle Ewigkeit. Du, Herr des Himmels, Dein Licht leuchte auf mich. Deine Liebe weckt meine wahre Freude und tiefe Dankbarkeit und bringt das Antlitz Christi in mir und meinem Bruder so zum Strahlen. Danke, Vater, danke Deinem Lobpreis, Deiner Ehre für Deinen geliebten Sohn. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich lege die Zukunft in Gottes Hand. Amen. Denn ich bin mon ideal. Untertitelung des ZDF, 2020